Hallo liebe Pilger, wir sind schon mal hier für euch in Rom auf dem Lutherplatz. Rom wartet auf euch, wir warten auf euch und auch Luther wartet auf euch. Hier grüßen wir euch. Und jetzt wünschen wir euch eine gute, angenehme Reise und freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss.